Servus miteinander ihr Wilchtrinker und Tofakins und Skoma-Schmuggler und Hexenraben willkommen zurück zur nächsten Folge von Skyrim die Special Edition mit mir euren Holy Diver 231, Boli reicht durchaus und wir waren jetzt das letzte Mal hier unterwegs als wir den folgenden Champion von Boida, ich kann den Namen nicht aussprechen tut mir leid, besiegt haben und seine ebener Rüstung an uns genommen haben, die gute Arinea tragt die jetzt erstmal, die schaut richtig sexy damit aus und irgendwie habe ich das Gefühl je pompöser die Rüstungen desto pompöser die Oberweite einer Frau hier im Skyrim das mal so ganz nebenbei festzustellen und muss ja sagen es gibt ja auch Mods bei Skyrim da kann man mit der Oberweite der Frau hier im Spiel wirklich extremst übertreiben da habe ich schon Videos gesehen da würden euch die Augen ausfallen nehmen was die Männern vielleicht auch den Frauen ich bin mir nicht sicher hier bei den Kaiserlichen auch mal die Eisenerzader mal wegnehmen so sind sogar zwei Adern schaut mal ich könnte viele Sachen jetzt sagen ja mache ich offline mache ich dies mache ich jenes und ich sage nochmal was den Blut angeht da habe ich ja einen Kommentar gelesen bei einem meiner letzten Folgen der lautet man ich solle doch den kompletten Blut mitnehmen weil da hat man so wie sagt man so ein ein Gefühl ein Verhältnis mit dem Loot und so weiter aber ich sage immer so wichtig ist dass man immer abwiegt was man mitnimmt weil einiges ist halt nur unnützer Krimskrams deswegen schaue ich jetzt noch mal hier was ich an unnützen Krimskrams bei mir habe die Klinge der Opferung werde ich behalten so als Andenken an der Quelle und die Klinge der Opferung die Kleidung ja das müssen wir immer noch machen das Notchschild nehme ich natürlich auch mit es ist technisch das kann man hier lassen das ist unnütz sonstiges wollen wir dann hier die Fackeln weg damit Lederstreifen nehme ich mit Sonst haben wir jetzt Unnützenkram rausgeschmissen aus unserem Inventar So, jetzt schauen wir das mal runter Und nehmen die restlichen Erze mit Hier haben wir zum Beispiel Corundum Erz Kann man alles gebrauchen Fürs Schmieden Und So ein kleiner Vorschlag Mal so ein kleiner lustiger Wenn ihr wirklich der Meinung seid Der Loot ist wichtig, egal welcher Loot Außer der wirklich unnütze Kram wie Knochenmehl Oder irgendwelche Tierschädel Oder Papyrusrollen Oder Verbandsrollen Dass ich dann einfach mal zu Fuß ganz langsam Nach Hause latschen Einfach mal so ein geckiger Vorschlag Okay, da hat man eine Sklette halt als Laternenhalter Genutzt Auch nicht schlecht Natürlich würde mich Das quälen da zu Fuß noch zurück zu gehen Nach Weißlauf Ich würde auch keinen Schnitt rein machen Also sprich, ich würde den ganzen Weg von Im einen Ort bis zum Weißlauf Bis zu unserer Rütte zu Fuß aufnehmen Und Wenn es ein bisschen länger dauert Will ich das Ganze natürlich in Parts aufschneiden Weil zu Ich bin, wie gesagt, kein Fan von Stundenfolgen oder so Aber ich würde das dann aufspalten in Parts Und wie gesagt Ich würde alles mitnehmen Was ich kriegen kann Und was für mich von Nutzen ist Ja, Fackeln lasse ich jetzt einfach mal Fackeln sein Sind ja eh alle tot So, hier haben wir nochmal eine Grundom-Erzart Hier ist sehr viel Erz Also Warum hier kein Dorf gebaut wurde In der Nähe von der Mine Keine Ahnung Wahrscheinlich wegen den Banditen Weil ich habe mir jetzt gedacht Ich habe jetzt so eine schöne Schöne Heißkette gekriegt Mit 50 Ausdauerpunkten Dass ich vielleicht Mehr tragen kann Aber das hat sich als Kleiner Irrtum erwiesen Es kommt ja auch immer auf das Gewicht an Von dem Gegenstand Orientierung wieder Mal über hinschauen Wo Erz sein könnten Da vorne habe ich wieder gesehen Das ist wieder eine Korumno-Ermts-Ada Entweder ist es eine Gans Oder es sind zwei Weil ich sehe jetzt mehrere Von diesen Schlitzen Oh, er hat Schlitz gesagt Hihihi Ja, es sind mehrere Also zwei Wo kriege ich Komm Wo kriege ich die denn hier Ist das jetzt ein Anzeigefehler Ich meine Hier ist doch eine Ader, oder Ah, hier Hier war was Der ganz pixelgenau Hingucken muss Ganz pixelgenau So Hier ist nochmal Alter Schwede Das sind hier viele Erze Aber hier ist auch gut Hier haben wir auch gleich Einen Schmelzofen Wo wir das Ganze Einschmelzen können Okay Uff, wie ich Seht mal Der ganze Raum ist hier bedeckt Mit Erzen Das kann wahrscheinlich Eine erzreiche Folge werden Hast du noch was für uns dabei So hier ist das nächste Uff, also da bei den Fässern Neben den Fässern In diesen Holzrahmen Neben den Holzrahmen Unten links Oben rechts ist auch noch was Da hinten Hinterm Tisch ist auch noch was Uff, wieso Ganz ehrlich Wieso brauchen die So lange Um Erzabbau Abzubauen Die Leute Weil sie wahrscheinlich Sonst nicht bezahlt werden Oder so Wahrscheinlich Wenn sie zu schnell sind Dann Denkt sich wahrscheinlich Der Minenarbeiter Minenarbeiter Oder der Chef Hey Die sind so gut Bei dem brauche ich Nicht so viel Zeug zahlen Weil die sind ja Fluxfertig Hiho Hiho Ich singe Und bin froh Heute backe ich mal wieder Brot Joho Ja heidi Heidi Oh Gott Jetzt ist mir selber schlecht geworden Ein bisschen Bisschen Kurzer hochgekommen Gerade Ich sag ja mal so Das war halt Eine Schlechte Cover Von Schneewickchens Und die sieben Zwerge Hiho Hiho Ich bin Ein kleiner Disney Fan Aber Sag mal so Nur bei bestimmten Disney Filmen Weil Sag mal doch mal ehrlich Bei jedem Walt Disney Film Bei jedem Wird immer gesungen Wo ich mir dann immer denke Ist das jetzt ein Zeichentrickfilm Oder ist das ein Musical Wahrscheinlich eine Mischung aus Absichtlich Eine Mischung aus beiden Zum Beispiel Was mein Lieblings Disney Film ist Ist Disney Herkules Und auch die Serie davon Ich hab ja auch eine Zeichentricks Serie Da war ich aber froh Dass sie da Da wenigstens Das Singen haben Weggelassen Ich meine Es war Schöne Kindheitserinnerung Und schöne Kinderzeichen Aber ich hab mir immer so gedacht Komm Musst du jetzt nicht Bei jedem Disney Film Musst du jetzt nicht Irgendwie immer Gesang dabei sein Das Das muss doch nicht sein Hier geht's auch nochmal rauf Genau da war der Der eine Okay interessant Wenn ich Erz erbaue Kann ich kein schnell speichern machen Interessant Ich speichere Folgendes halber ab Weil Aktuell Ist mein kleines Sorgenkind Mein OBS Studio Nicht mein Internet Aber OBS Das Ich steige Das Ich steige Alter, wie viel Gewicht haben wir denn jetzt schon? Wir sind jetzt schon überlastet. Also das, was uns am meisten Gewicht zieht, sind die Erze. Jetzt kann sie selbst schon nichts mehr tragen. Oha. Wie viel wiegt denn so ein Ding? Ein Gewicht 16 also und hier 5,50. Uff. Hey. Ich hoffe, sie kann noch normal gehen. Ja, es sieht so aus, als könnte sie noch normal marschieren. Uff. Ne, da gehe ich wieder zurück. Ich müsste da oben auch noch Erz. Ja, wieder Corundum Erz. Alter Schwede. Das heißt, wenn jetzt da noch mehr Erz ist, bin ich sowieso überladen. und wir sind knapp bei 11. Minute, also quasi schon bei der 12. Minute. Und maximal gehen meine Folgen immer über 20 Minuten um den Dreh. Wenn ich jetzt versuchen täte, noch das restliche Erz, wenn es hier noch was gibt, mitkriegen und ich bin wieder überladen, dann würde ich jetzt dann jetzt schon in der Folge mal versuchen, den Weg jetzt mal zurück, zu Fuß zurück zu mal passieren. Ach, Arine, bewegt doch dein Knackarsch ein bisschen weiter weg, dass ich vorbei kann. Ja, okay, wir haben es jetzt, wir werden doch nicht überlastet. So. Das heißt, wir gehen jetzt mal zurück, wir reisen zurück nach Weißlauf und lagern alles. Wartet mal. Halt. Stopp. Moment. So. Das geht halt leider, dass ich es nicht so machen kann. Auf der Konsole ging das. Was ich witzig finde ist, wenn man das Erz zu Barren schmelzt, wie ihr das seht, wird das Gewicht weniger. Weil. Ich meine, das Gewicht bleibt doch gleich. Oder sind Eisenbahnen schwerer? Oh. Uff. Dass sie das nicht gelöst haben, dass man nur dann auf Ja drücken muss, weiter, sondern nicht immer jedes einzelne Erz schmelzen muss. Schwierig. So, Arine, ich muss nur mal kurz Ich muss hier noch mal ins Füßchen greifen. Was braucht ihr? Natürlich in ihr Inventar, ihr Ferkel. Das, das würdet ihr so nicht sehen, wenn ich da näher ins Füßchen greife. Das darfst du nur Ziedern erleben. Bis zum nächsten Mal, Wächter. Uff. 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 Okay, jetzt braucht sie das eh nicht mehr zu tragen. Ja, okay, Novize. So, dann gehen wir wieder nach draußen. Dann bringen wir jetzt mal das ganze Zeug nach Weißlauf zurück. Sonst haben wir das Problem, dass wir gleich wieder überladen sind. Und das wäre mehr schlecht als recht. Aber ich mache euch jetzt, sagen wir so, ich reiße jetzt noch Weißlauf noch. Ich gehe ins Häuschen rein. Dann gibt es einen feinen kleinen Schnitt. Dann lade ich das ganze Zeug mal schnell aus und sortiere es auch ein. Und dann geht es gleich weiter mit der Folge. So werde ich das machen. Dann erspare ich euch das mal. So, meine Freunde, dann sage ich mal, bis gleich. So, da bin ich wieder, meine Freunde. Ich habe aufgeräumt. Habe die liebe Aranea ausgeräumt. Warum ich so geschnaufert habe, oder jetzt gerade am Schnauferen bin. Ich habe gerade mir nur mal kurz die Beine vertreten. Habe mir was zum Trinken geholt. War noch auf der Toilette. Und da schnaufe ich leider ein bisschen. Uh, einfach ignorieren. Aber ich wollte unbedingt ganz schnell wieder am PC und ich wollte weiter für euch aufnehmen. Aber das macht mir riesigen Spaß. So, da wir jetzt alles aufgeräumt haben. Ah, ich soll den anlegen. Oh, hä, okay. Jetzt dürft ihr mal... Jetzt dürft ihr mal ganz kurz Aranea oben ohne sehen. Aber die hat eh ein BH an, also keine Sorge. Und hier dürft ihr sie sogar mal ganz nackt sehen in Unterwäsche. Aber wie gesagt, das geltet bei Skyrim Show als nackt. Das ist die Zensur hier. Ihr habt euch gut geschlagen, mein Champion. Ihr habt euch meinen Respekt verdient. Ein Kunststück, das nur wenige fertigbringen und überleben. Ich werde euren Namen auf der Tafel der absoluten Finsternis eintragen. Ihr dürft meine Ebenherzrüstung behalten. Als Zeichen meiner Wertschätzung für den neuen Champion. Ihre Eigenschaften werden mit euren Talenten harmonisieren. Geht nun. Ich habe Fäden zu ziehen, die meine ganze Aufmerksamkeit erfordern. Ihr könnt eures eigenen Weges gehen, wohin er euch auch führen mag. Und vergesst eines nie. So wie ihr es wollt, soll es auch geschehen. So. Die Dämmerung behütet uns alle, Wächter. Was braucht ihr? Ich brauche nichts. Ich gebe dir die Ebenherzrüstung wieder zurück, meine Liebe. Dass ihr sie nicht gewundert habt, warum ich auf einmal nackt bin oder sowas. Es war mir eine Ehre, Wächter. So, dann stellen wir mal, was wir für den nächsten Quest machen. Die Angelfreude machen wir jetzt nicht. Ne, das machen wir jetzt auch nicht. Ne, das machen wir auch nicht. Werde von das Militär der Liebesgilde, machen wir nicht. Frisch mit den Anführer der Dämmerwacht. Das ist auch ein DLC. Wir machen mal hier die Gefährten-Quest weiter. Weil wir eh schon im Weißlauf sind. Und dann machen wir jetzt mal Tag. So. Mein liebster Saufkumpf. Du sag mal ein wenig mehr. Naja, wieso besorgst du nicht mal mit? Wieso muss ich immer das machen? So. Dann würde ich mal sagen, weiter geht's mit den Gefährten. Oh, die sind natürlich da unten. Wie, das war mir klar. Höp. Äh, ich glaube, ich müsste da reinrennen. All diese jungen Hüpfer, die herumflitzen. Habt ihr Angst, dass jemand von ihnen euren Platz einnehmen könnte? Einige könnten es versuchen. Aber das ist nicht der Grund, weshalb ich mir Sorgen mache. Was dann? Es könnte sein, dass sie sich so selbst umbringen. Mit eurer Hilfe? So viel Glück könnte man ihnen nur wünschen. Ich hab bei euren Schild. Hey. Okay. Ähm, ich halte nichts vom Prada-Pra-Pra-Pra-Pra. Prada-Pra-Pra-Pra-Pra-Pra-Pra-Pra-Lerei. Ah, ein Mann der Tat. Hier, Farkas zeigt euch, wo ihr euch ausruhen könnt. Farkas! Habt ihr mich gerufen? Natürlich haben wir das Eishirn. Zeigt diesem Jungblut, wo die anderen Welpen schlafen. Ein Neuling? Oh, ich erinnere mich an euch. Kommt mit! Was damit? Jupp. So, da seid ihr also. Die anderen sind schon ganz gespannt auf euch. Sprecht mit mir oder Ayela, wenn ihr arbeiten wollt. Wenn ihr euch einen Namen gemacht habt, könnt ihr Aufträge von Skjord und Wilkaz erhalten. Viel Glück. Willkommen bei den Gefährten. Übrigens, wenn ihr nach einer Beschäftigung sucht, wir haben Probleme hier im Fürstentum Weißlauf. Nichts weltbewegendes. Äh, mit welchem Problem muss ich denn rechnen? Nur ein Haufen kleiner Banditen. Feiglinge, bei denen ihr euch nicht anstrengen müsst. Ich komme immer nicht darum. Ich wusste, dass man auf euch zählen kann. Tut, was zu tun ist. Übrigens, wenn ihr nach einer Beschäftigung sucht. Okay, ja, ich habe doch schon eine Beschäftigung. Was tötet den Anführer? Festung Weißheim. Festung Weißheim. Festung Weißheim, wa? Das war, das Tee, das streichen wir einfach mal. Nenne ich noch einmal Welpe, Opie, dann zeige ich dir mal, was ein Welpe alles drauf hat. Nennt der mich einfach Welpe? Ich glaube, es hakt. Na, wo ist dieser Fall? Äh, manchmal bin ich blinder als ein blinder Drache. Wartet mal. Jetzt müsste es dabei stehen. Schauen wir mal, wo ist denn das? Ach, da hinten. Ja, komm, dann gehen wir zu den Stellen und dann gehen wir da hin. So. Ja. Dann spannen wir uns ein bisschen Fußmarsch. Ah, da ist wieder Maid, der Lügner. Wollt ihr etwas von mir? Hallo. Wir reisen zum Schrein von Künaret in Weißlauf. Ich habe gehört, der gültengrünbaum sei schöner denn je, seit er wiederhergestellt wurde. Es heißt, wer die Frucht ist, füge seinem Leben mehrere Jahre hinzu. Okay, interessant. Dann würden wir uns mal da umsehen, wenn da mal eine Frucht irgendwo liegt oder ähnlich ist. Interesting. Ah, das nehmen wir wieder mit. Also Lavendel nehme ich immer von Natur aus mit, weil Lavendel meine Lieblingspflanze ist. Und ich Bräue entdeckt. Haben wir das nun nicht entdeckt? What the fuck? Okay. Da hinten müsste doch immer ein Wolf stehen, oder? Oder liegt der da schon tot am... Der liegt da schon tot, oder? Nee, aber ein Skewer liegt, äh, hockt da. Aber der Wolf müsste hier irgendwo liegen. Ich habe auch ein Wolfleiche gesehen hier irgendwo. Ey, geil. Nehmen wir mal mit. Wir gehen doch immer noch die Quest nach mit dem... Mit dem, äh, Herr Töte, das... Liegt das da wirklich die Richtung? Ja, Tatsache. Na denn. Ein kleines Stück wandern wir noch und dann ist die Folge auch leider wieder vorbei, Freunde. Ah, was bist denn du für einer? Äh... Okay, hier liegen Skelette. Ei. Ihr sprecht mit einem Wächter von Stendor. Lasst euch mit den Daedra ein und wir werden euch erbarmungslos jagen. Seid ihr ein Wächter von Stendor? Ja, das hat er schon gesagt. Ihr jagt Daedra? Und gegen alle anderen Abscheulichkeiten, die Jagd auf die Stablichen machen. Vampire, Wehrwölfe, Hexen. Aber die Daedra sind am schlimmsten. Ihre kalte Verachtung unseres Lebens ist dem Gott der Gnade zuwider. Okay. Die Wächter werden über euch wachen. Okay, der hat nix. Der hat auch nix. Okay, hat er hier drei Skelette gelegt. Wow, was für eine Leistung für einen Wächter von Stendor. Uhuhuhu, und so. Sie wollte aber gleich loslegen. Habt ihr das miterlebt? Ich sag ja mit meiner lieben, Aranea ist kein gut Kirschenessen. Tut ihr es mit mir für euch schlecht stellen, stellt ihr es euch mit Aranea schlecht. Die reißt euch sämtliches Zeug ab. Ich sag's nur. Da ist noch so ein Wächterstein. Mal sehen, ob wir da irgendwie raufkommen. Bei dem würde ich jetzt schon noch in der Folge mitnehmen. Ja, wenn da jemand uns zu uns warnt, weiß. Ach, wie toll. Ein Totenbeschwörer. Bis hierher und nicht weiter. Ich glaube, das war es schon mit ihr. Du feige. Und beim Pfeil zielt ganz gern deinem Hals. Ja, komm, die ist es eigentlich gar nicht wert, dass ich nochmal runterhüpfe und raufrenne. Aber ich mach's trotzdem. Totenmagierin. Naja, ein paar Zutaten für Alchemie wieder. War aber nicht wirklich der Rede wert, der Kampf, finde ich. Ich will aber trotzdem wissen, was das für ein Wächterstein ist. Dass sie das so mit ihrem Leben nur verteidigt hat. Was bist du? Wer nur ein Zeichen des Rituals stehst, kann einmal pro Tag gleich in der Nähe wiederbeleben, damit sie für einen Kämpfen abbrechen. Braue ich nicht. Fachsinn. Und wenn, dann wird es wahrscheinlich nur ein Toter sein. Und das war's. So, meine Freunde, aus mit der Sicht hier auf den Bergen sage ich mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen. Dankeschön fürs Dabeisein. Abonnieren und die Glocke aktivieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal bei Headerstroys auf Skyrim, die Special Edition. antenne und die Glocke aktivieren nicht, Beau´fraud rupert. üss, das war's. dieses System ist ein